Hallo ihr Lieben, heute nicht Pat und Patachon, also Patrice und ich, sondern Julian mit Dirk. Warum? Hat einen Grund. Ihr erinnert euch? Macht's Klick bei euch? Es gab eigentlich schon zwei Gewinner. Die sind auch von der Abteilung Marketing informiert worden, haben sich aber nie zurückgemeldet. Und deswegen ist heute der Dritte der Erste. Und der Dritte steht neben mir, wie der Zufall es will. Julian kommt aus Wattenscheid und dann ist Essen natürlich nicht weit. Und das ist dein Preis hier. Ja, super. Junge, was sagst du dazu? Ich mach's doch mal auf. Ja, sensationell. Besser geht's nicht. Freut mich. Riesig. Jetzt kommen ein, zwei Zufälle zusammen. Ex-Fußballer oder noch Fußballer, kann man das sagen? Nee, Ex-Fußballer. Ex-Fußballer. Corona hatte, wenn es was Gutes hatte, dann, sag ich mal, die Tatsache, dass viele Fußballer bei uns reinkamen, im Tennissport begonnen haben. Einer von denen, die hängengeblieben sind, der spielt jetzt Tennis. Und noch ein Zufall, du spielst Technic Fieber. Genau. Aber ein leichteres Modell, ne? Aktuell noch ein leichteres Modell. Das war als Anfänger ein bisschen einfacher. Aber, ja, wie es der Zufall so will, passt das ganz gut. 305 Gramm. Den Schläger haben wir ja damals vorgestellt. Den werden wir natürlich für den Julian auch gleich hier im Store-Essen noch beseiten. Dann kommt ein Griffband drauf und dann kann er sofort. Wann spielst du das nächste Mal? Äh, ja, bei dem Wetter... Das regnet gerade hier in Strömen. Das ist unglaublich. Ich hoffe, so schnell wie möglich. Also bin nächste Woche im Urlaub und... Wo geht's hin? Nach Griechenland, nach Kos und, ja, nächste Woche, also nach dem Urlaub geht's dann wieder weiter. Schläger nimmst du mit oder kann man da spielen? Ich weiß es noch nicht und ich glaube, die Freundin ist auch nicht so bewandert, was Ballsportarten angeht. Aber, ja, eine Woche Pause tut auch mal ganz gut, weil wir sonst für die Bekloppten spielen. Du bist beim Tennis jetzt gelandet, also vielleicht kriegen wir das bei deiner Freundin demnächst ja auch noch hin. Schauen wir mal. An euch alle vielen Dank für die zahlreichen, das waren ja wirklich super viele richtigen Antworten. Aber nochmal Gratulation von Patrice, stellvertretend, der ist bei News Open jetzt gerade. Viel Spaß demnächst mit deinem neuen Schläger. Alles klar, vielen Dank. Bis demnächst. Ciao. Ciao. AdvantageU.